So, das hat er jetzt ganz genau getroffen und ich würde sagen, wir machen weiter. Beeil dich, Lara. Los. Was machst du auch so lange rum? Du kannst aufsteigen. Ich bin vom Weg, das kann ich erst mal schaffen. Ich glaube, direkt links. Oh, ich schaff's. Ich schaff's, ist ja geil. Beim ersten Ball. Meine Hände, ich gucke mal. Wie geil ist das denn? Oh. Oh. Okay, dann gehen wir doch mal in die Unterwelt. Natürlich mit unserem Motorrad. Man sollte nie den Fehler machen, ohne Motorrad da runter zu gehen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Ja, man braucht's an einer Stelle. Wir lernen auch gleich neue Gegner kennen. Nein, 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 nicht, 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 nicht. Ich hab' den falschen Knopf gekriegt. Perfekt. Oh, ein Heil- Drücklein. Zack. 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 Was war das jetzt? Oh. 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 Ah, genau so. Das find ich auch gut gemacht. Zack. Sehr gut gemacht. Nein. Weg mit dir. Weg mit dir. Achso. Ich find die so ekelhaft, diese Riesenspinnen. Tach. Weg ist sie. Hoff' ich. Drei Stück haben wir jetzt gekillt. Wie soll denn das so funktionieren? Was ist eigentlich? Nein, ich muss beide gleichzeitig drücken. Um mehr Stoff zu... Ach, halt, 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 Laura, halt. Okay, weiter geht's. Da kann ich eigentlich gleich drauf. Da kann ich nicht mehr drauf tun. Angeblich machten sich die Herren von Xibalba einen Spaß daraus, Besucher mit heimtückischen Fallen zu töten. Nein. Da ist was, was ich brauche. Da ist noch was, was ich brauche. Oh, sag mal. Wo ist Sinn wir denn hier gelandet? Ja, ist klar. Nein, wäre da auch schon Sinn, warum wir so viel bekommen. Es ist nämlich nicht ohne hier. Es ist nämlich nicht ohne hier. Okay, da sind wir ja. Also, nicht ohne hier. Da ist nicht ohne hier. Aber es ist ein Sinn, warum wir so viel loslassen hier in das Zettel. Was ist eine Riese und die Karte. Und es ist nicht wenn, was ich nie, wir wollen, warum es nicht nur das Eldensoniert. In Arzahl, die zu T戰. Wir wollen hier richtig zu sein. Und das sind hier. Hier irgend... Oh nein, ich mag diese Stille aus dem Grund nicht, weil... Ja, ihr könnt euch denken. Hier muss man erst mal die ganzen Wege suchen. Wie viele fehlen? Eins. Eine fehlt noch. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ja. War ja auch zu offensichtlich. Jetzt löst sich überall die Schnallen. Und da man da am einfachsten hinkommt... ...mach ich die Tür zuerst. Logisch. Kannst lass ich ein bisschen leise reden. Ich versuche mal ein bisschen lauter zu reden. Ah, noch ein Stückchen weiter. Das ist, glaube ich, die einfachste von allen. Ist ja logisch. Ist ja auch am einfachsten zu erreichen. Oh ja, da kann ich mich noch... ...gut erinnern. War eigentlich sehr einfach. Okay, ich wollte mal sagen, ich mache einen kurzen Cut. Und bis gleich.